Willkommen zum siebten und letzten Modul des MOOC zum musikdidaktischen Konzeption. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und die Reise durch die Musikdidaktik gemeinsam mit mir zu einem vorläufigen Abschluss bringen. Dieses Modul hat es in sich. Anders als in den sechs anderen, bei denen wir uns komplett auf eine Konzeption, teilweise sogar nur auf ein einziges Buch konzentrieren konnten, werden Sie in diesem Modul eine ganze Reihe unterschiedlicher Themen kennenlernen. Bevor wir direkt anfangen, möchte ich Ihnen kurz beschreiben, wie es mir bei der Auswahl ergangen ist. Von Beginn an war mir klar, dass es nicht möglich sein würde, die Musikdidaktik im Rahmen des MOOCs in irgendeiner Weise vollständig vorzustellen. Ich musste also eine begründete Auswahl treffen und viele Themen würden auch wegfallen. Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Ich habe dazu unterschiedliche Personen befragt und regelmäßig die Inhalte in meiner Videoübersicht erweitert, umgeworfen, hin- und hergeschoben und neu organisiert. Ich betone das, um Sie daran zu erinnern, dass alle die von mir ins Zentrum gerückten Konzeptionen und Ideen aus meiner persönlichen Sicht unverzichtbar sind. Das heißt aber nicht, dass nicht jemand anderes andere Schwerpunkte hätte setzen wollen. Die Entscheidungen für die ersten MOOCs sind mir noch relativ leicht gefallen, weil die Konzeptionen recht schnell für mich als wichtige Themen feststanden. Je weiter die Module aber anwuchsen und sich aneinanderreiten, umso klarer wurde mir, dass das Ende noch einmal spannend werden würde. Ich hatte mir nämlich vorgenommen, einem letzten MOOC all denjenigen Themen zu widmen, die wenigstens noch einmal in Kurzform Erwähnung finden sollten. Auch bei den Themen dieses siebten und letzten MOOCs habe ich aber eine Auswahl getroffen, die gleichzeitig bedeutet, dass vieles Wichtige keine Erwähnung findet. Ich möchte Sie an dieser Stelle ausdrücklich dazu ermutigen, sich nicht durch meine Auswahl davon abbringen zu lassen, sich mit anderen wertvollen und bedenkenswerten Gedanken, Ideen und Konzepten der Musikdidaktik auseinanderzusetzen. Meine letztendliche Auswahl traf ich unter anderem vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die ich selbst im Schuldienst gemacht habe und einer sicherlich nicht objektiven Beobachtung der Musikpädagogik-Szene. Ich versuche in diesem Modul einige Themen herauszugreifen, die für die Musikdidaktik der Zukunft vielleicht wichtig und entscheidend sein könnten, neben solchen, die bereits über längere Zeiträume hinweg die Entwicklung des Musikunterrichts geprägt haben. Zumindest ein entscheidendes Thema lasse ich dabei aber im Rahmen dieses MOOCs bewusst aus. Neue Medien im Musikunterricht. Aus meiner Sicht gibt es hier derzeit so viele neue Entwicklungen, dass es mir zu früh erscheint, um einen Überblick geben zu können. Dazu hat sicherlich auch die Corona-Krise im Frühjahr 2020 beigetragen, die zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Moduls Unterricht, Schule und Gesellschaft auf den Kopf gestellt hat. Ich bin mir aber sicher, dass sich der Erkenntnisstand zu neuen Medien im Musikunterricht bereits in wenigen Jahren massiv weiterentwickelt haben wird und hoffe dann darauf, dass an dieser Stelle angeknüpft und ergänzt werden kann. Langer Rede, kurzer Sinn. Folgende Themen werden jeweils im Rahmen einzelner Videos in diesem MOOC vorgestellt. 1. Rock-Pop-Musikdidaktik. 2. Interkulturelle Musikpädagogik, im Anschluss daran Inklusion und Gender im Musikunterricht, weil es da bestimmte Schnittpunkte gibt. 3. Lebensweltorientierung bzw. Toposdidaktik, eine Weiterentwicklung der didaktischen Interpretation. 4. Klassenmusizieren.